Die Geheimnisse einer gesunden Darmflora, für was sie gut ist und wie du merkst, dass sie vielleicht bei dir nicht gesund ist. Hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es rund um das Thema Darmflora und was es für dich bedeutet. Bevor wir so richtig loslegen, achte darauf, dass du uns abonniert hast und folge uns gerne auf Instagram. Klicke hier unten in der Beschreibung auf unseren Link, da kommst du zum kostenlosen Webinar, wo du viel mehr noch erfahren kannst über das, was wir tun. Aber jetzt rein ins Thema. Das Thema Darmflora hört sich erstmal so ein bisschen blumig an, ist so ein Allerweltsthema. Die Darmflora, man hört das immer wieder, man soll was für die Darmflora tun oder die Darmflora könnte kaputt sein. Aber was heißt das eigentlich? Was ist denn diese sogenannte Darmflora und was hat die für eine Aufgabe im Körper? Wenn wir von der Darmflora sprechen, sprechen wir eigentlich von einer ganz dünnen Schicht. Das sind so Bakterien, Darmbakterien, die sich quasi auf der Schleimhaut des Darms befinden. Wir haben einen Dünndarm und einen Dickdarm. In beiden Bereichen ist es so, dass wir die sogenannten Darmzotten haben. Diese Darmzotten nehmen Nährstoffe auf. Das ist das, was wir lernen im Biologieunterricht. Und unsere Nährstoffe werden quasi verdaut durch die Speichel im Mund, durch die Magensäure und die Verdauungssäfte aus der Bauchspeicheldrüse und der Leber im Dünndarm. Und dann sind die irgendwann so gut aufgeteilt und vorverdaut, dass unsere Darmzotten das aufnehmen. So zumindest ist unser Glaube. Das stimmt aber so nicht. Denn das, was wirklich passiert, ist folgendes Geheimnis in Anführungszeichen. Diese Darmbakterien, die eine Millimeter dicke Schicht bilden, komplett quasi wie so ein Schleim im Darm an der Darmwand, an den Darmzotten. Diese Darmbakterien, die essen das vorverdaute Essen und wandeln es um und scheiden dann die Sachen aus, die wir brauchen. Entsprechende Aminosäuren, Vitamine, Mineralien und das kann der Darm dann aufnehmen. Das heißt, unser Darm nimmt nicht direkt eins zu eins den Nährstoff, den wir essen, direkt auf, sondern es geht immer durch diesen Bakterienfilter durch. Die verarbeiten das, arbeiten damit und wir nehmen Nährstoffe auf. Das ist auch das erste Thema. Wenn die Darmflora nicht optimal passt, dann kann es tatsächlich sein, dass wir nicht optimal Nährstoffe aufnehmen. Es kann also sein, dass die Themen in unserer Gesundheit, die mit Nährstoffmangel zu tun haben, genau daran liegen. Wenn du also jemand bist, der zum Beispiel über Blutwerte feststellt, ich habe zu wenig Eisen, zu wenig Zink, zu wenig was auch immer, Magnesium, dann kann das an der Darmflora liegen. Wenn du dich chronisch müde fühlst, wenn du erschöpft bist, wenn du nicht klar denken kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist dauernd müde, dein Gehirn hat so einen Brain Fog, dann ist ein Hinweis darauf, dass du einen Nährstoffmangel hast, was an der Darmflora liegen kann. Wenn du Gelenkschmerzen kriegst oder Probleme mit der Muskulatur hast, mit den Faszien, ist es ein Hinweis darauf, dass bestimmte Nährstoffe fehlen und das kann an der Darmflora liegen. Wenn du zum Beispiel merkst, dass dein Nervensystem nicht so gut funktioniert oder du hast so Zuckungen in den Augen und in den Muskeln oder du spürst seltsame Empfindungen an den Armen, es kribbelt so ein bisschen komisch, dann ist das ein Hinweis, dass möglicherweise Nährstoffe fehlen und das kann an der Darmflora liegen. Das heißt, in all diesen Bereichen kann es an der Darmflora liegen und das Üble an der Sache ist, wenn man das jetzt nicht beachtet und wenn man da nicht hinschaut, dann kann es sogar so weit gehen, dass die Nährstoffe fehlen, die gebraucht werden, um Nährstoffe zu verdauen. Wir müssen ja diese verschiedenen Säfte bilden, Magensäure, die verschiedenen Verdauungsenzyme, die Alpha-Amylase, die Proteasen, die Lipasen, also alles was nötig ist, die Gallensäure, weil das was nötig ist, um Proteine, Fette und Kohlenhydrate zu verdauen. All das wird gebraucht und braucht aber, damit es gebildet werden kann, Nährstoffe. Jetzt wenn der Darm aber schon Probleme hat mit der sogenannten Darmflora, dann fehlen mir diese Nährstoffe. Und wenn ich hier nichts mache, nichts beachte, dann wird das einfach immer schlimmer und es kann der Punkt und der Tag kommen, wo das ganze System so an die Wand gefahren ist, dass ich quasi zum Notfallpatienten werde, weil mein Herzrhythmus nicht mehr funktioniert oder irgendein Organ versagt. Also es kann richtig kritisch werden. Das Schlimmste allerdings an der Sache ist, dass in der klassischen Medizin oft versucht wird, dann das Symptom zu behandeln. Also die Müdigkeit, den Kopfschmerz, das Gelenk, den Gelenkschmerz. Es wird an diesen Stellen gearbeitet, aber nicht wirklich an der Ursache, nämlich in dem Fall die Darmflora. Jetzt ist die große Frage, was kann ich da tun, was macht denn meine Darmflora kaputt? Und das ist genau das, was es so schwierig ist herauszufinden. In der klassischen schulmedizinischen Variation findet man das kaum raus. Man kann zwar eine Stuhlprobe nehmen, man kann auch mal Blut untersuchen, man kann auch eine Speichelprobe nehmen oder mal einen Ultraschall machen, aber das sagt alles nur wenig aus. Am nächsten ist noch die Stuhlprobe dran, weil die kommt aus dem Darm, aber auch hier erfahre ich nicht, wie geht es meiner Darmflora. Hier sehe ich zwar eine gewisse Mixtur an Darmbakterien unter Umständen, die vorhanden sind oder nicht, aber das sagt noch nicht darüber aus, brauche ich das, brauche ich es nicht, was brauche ich jetzt eigentlich und warum ist es nicht mehr da. Wir wissen alle, was ganz klassisch ist, um das die Darmflora kaputt macht, das ist Antibiotika-Behandlung. Die Antibiotika-Einnahme, die wir manchmal gemacht haben als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, manchmal nötig, manchmal nicht nötig, schadet in jedem Fall immer der Darmflora, weil bestimmte Darmbakterien durch diese Antibiotika auch getötet werden. Das zweite, was sein kann, sind Umweltgifte und Toxine aus den Nahrungsmitteln, bestimmte Pestizide, Herbizide, Glyphosat zum Beispiel, bestimmte Leichtmetalle wie Aluminium, Schwermetalle, also diese ganzen Toxine, die wir so abkriegen, Quecksilber aus unseren Zahnblomben, das sind alles Dinge, die in der Rolle spielen, was die Darmflora negativ beeinflussen kann. Und eine andere Sache, die sie negativ beeinflusst, ist dann eben das Bilden von pathogenen Keimen, von pathogenen Entitäten in unserem Darm, das heißt, es können sich Parasiten ansiedeln, es können sich Pilze ansiedeln, es können falsche Bakterien an der falschen Stelle sein, es kann sein, dass Dickdarmbakterien in den Dünndarm kommen und da ein riesen Zinnober machen und ich plötzlich ganz stark aufgebläht bin und ständig Probleme kriege mit dem Essen und fast nichts mehr vertrage. Ja, jeder, der sagt, ich vertrage kaum noch was, das ist die Darmflora. Und das ist alles rauszufinden, es gibt noch viel mehr Punkte, es gibt noch die ungelösten seelischen Themen, es gibt den Elektrosmog, der eine Rolle spielen kann, es gibt tatsächlich bestimmte Nährstoffe, die mir fehlen, unter Umständen bestimmte Lagerungsmittel, die ich einfach nicht gut vertrage, die dann zu einer chronischen Entzündung führen in meinem Darm, was wiederum dann die Darmflora schädigt. Also es gibt für die Darmflora unglaublich viele Einflussfaktoren und tatsächlich ist es so, dass es eine gute Möglichkeit gibt, das rauszufinden, meiner Meinung nach und unserer Erfahrung nach die einzige richtige Möglichkeit und das ist die Testung mit dem Praxis-Family-System. Wir nutzen eine besondere Form der autonomen Regulationstestung nach Dr. Klinghardt und diese Testmethode, die ist tatsächlich in der Lage, komplett die verschiedenen Stellschrauben herauszufinden. Wie das genau geht, was es genau heißt und wie du das machen kannst, das zeigen wir dir in einem kostenlosen Webinar. Den Link dazu findest du hier unter dem Video in der Beschreibung. Klick drauf, schaust dir an, dann weißt du genau, was du tun kannst, welche Schritte nötig sind, damit du dir und deiner Darmflora helfen kannst. Liebe Grüße, ciao.